Ich glaube, dass man weiß, dass man beim Erwachsenwerden in unserer heutigen Welt eine ganze Menge an ganz wichtigen Dingen verloren hat. Und die käme ist, das wäre schön, wenn man die wiederentdecken könnte, wenn man die auch in sich wiederfinden könnte. Wegen intuitiv, dass man oftmals als Erwachsener eigentlich vergisst, dass es eigentlich einem total viel Spaß machen würde, wenn man jetzt zu irgendeiner beliebigen Musik tanzen würde. Was berührt uns bei kleinen Kindern so sehr? Ich würde sagen, die bringen uns ja wieder die bedingungslose Liebe und das Licht und ganz viele Mamis und Daddys haben das in sich verloren, vergessen, vergraben. Und wenn da so ein kleiner Engel da ist und wieder alles zeigt. Nun kann ich nur sagen, dass das Gefühl oder das innere Kind immer stärker zum Vorschein kommt. Und dass das nicht weniger wird oder auch sich nicht auflöst oder beruhigt wird oder sonst wie in Frieden kommt, sondern dass das in allen Facetten, in aller Buntheit absolut stark auftritt und stark zu Tage trifft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017